Der Gregmeister, ja, der Gregmeister hat täglich für euch neue Angebote im Shop und die könnt ihr euch auf jeden Fall jedes Mal gönnen, denn die sind immer billig und sind zwar nicht immer die Besten oder so, aber könnt ihr euch auf jeden Fall immer kaufen, denn ihr werdet mindestens davon mehr Geld verdienen, denn die sind einfach mal besser, mal schlechter, aber auf jeden Fall immer günstiger, als ihr es sonst irgendwo bekommt. Ihr habt auch ab und zu mal Bretter oder auch mal andere Scheuner-Silo-Erweiterungen oder auch mal Land-Erweiterungen, ist immer ein Glücksspiel, aber auf jeden Fall ein gutes, deswegen geht ihr auf jeden Fall täglich hin und holt euch die geilen Sachen ab.